Jeden Sommer dasselbe. Immer wieder werden angeblich Krokodile in Badeseen entdeckt. Jetzt wieder passiert in Kirchheim Unterteck. Große Suchaktionen mit Polizei und Feuerwehr stehen dann auf dem Plan bis hin zur Sperrung des Gewässers. Am Ende stellt sich meistens heraus, außer Spesen nichts gewesen, keine Krokodile in deutschen Badeseen. Krokodile bevorzugen in Deutschland die Zoos und hier bekommen sie nur selten Freigang. Doch ein Gutes hat die Krokodil-Hysterie. Man weiß, dass der Sommer da ist.